Das Leben ist kostbar und viel zu kurz. Danny, dein Vater ist gestorben. Du musst jetzt nach Hause kommen. Danny ist hier. Das letzte Mal, als wir hier waren, haben Susanne nicht gerade unser Abi gemacht. Das ist ewig hier. Das ist gut bei dir. So, Susanne schaut sich doch genauso an wie früher. Ich bin kein so glücklich wie mit dir. Also du gehst hier weg? Also für immer? Nein, Tom, ich bin nicht du. Für mich ist der Mittelpunkt der Welt nicht im Regenbogen. Mann, was ist denn so schlimm daran? Ich bin hier glücklich, ey. Ich will mehr als ein Haus und Nachbarn und Kleinwagen, Schrebergarten, diesen ganzen Quatsch. Ich will... Was willst du denn? Ich weiß überhaupt nicht, was mein verficktes Leben überhaupt noch ist. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich will die über Spuren hinterlassen. Alles ist viel schneller geworden. Wie läuft es eigentlich bei dir mit dem Studium? Keine Ahnung, Mann. Das Leben kann so kurz sein, das wissen wir beide doch am besten. Mann, in unserem Alter hatten unsere Eltern schon Kinder. Echt so. Ich will mein Leben leben. Das will ich doch auch. Mit dir. Ich träume, dass du dir anfängst. Wenn du nur dieses eine Leben hast, was willst du tun mit dem Rest deiner Zeit? weil dieses eine Leben completely zu coordinate. Meta. Mit mir ist die Zeit? Ich meine, wir arbeiten nur noch nicht mit dem, was wir bitten.